ja und damit herzlich willkommen zu einem weiteren abenteuer hier in simre beziehungsweise einem kleinen update video es ist heute ein update erschienen wo unter anderem eine neue strecke mit dabei ist und zwei neue stellwerke und in einem von diesem stellwerk bin ich jetzt gerade drin das ist julius z oder wenn man es anders ausspricht keine ahnung und ja es befindet sich wenn man jetzt katowice anschaut auf der unteren langsamen strecke was ist schon hier bei dem büder zu er ist hier nicht besonders schnell ich bin durch an der stelle mal ganz kurz ein bild ein wo das stellwerk ist und da kommt auch schon der nächste von der schwierigkeit her ist dieses stellwerk am einfachsten oder einer der einfachsten wenn wir uns mal hier das pult hier anschauen es ist einfach nur dumpf die züge hier durch schicken die weichen hier hier und hier und hier sind gesperrt sie sind zwar da aber sie machen nichts also man kann da kein blödsinn machen soll heißen das stellwerk ist ein bisschen kastriert vorteil ist man hat auf der rechten seite der rota das ist ja auch neu dazukommen in meinem fall ist es jetzt noch kai aber da könnten spiele drin sein und auf der linken seite aber oh scheiße ihr habt das hier vergessen es könnte noch schlecht werden wenn man das hier vergisst dass ich das hier nicht strübelig macht und rota fragt schon für den nächsten ein bitteschön einmal annehmen ok und das absolute highlight hier ist dieser warenübergang ich zeige euch mal was man kann denn nämlich hier auf und zu machen beziehungsweise müsst ihr auch sonst könnt ihr keine fahrstraße machen außer mit des z aber das wollen wir nicht und die tun dann auch wirklich hier brav halten so fahren sie halt durch also man kann hier die zent einen kleinen stauf ursachen werden uns gleich hier die umgebung noch genauer anschauen denn es gibt ein paar sachen die finde ich komisch und lustig zugleich wir machen jetzt erst mal wieder zu damit ich hier die fahrstraße beziehungsweise der kollege da hinten fährst du ja wenn man sie erst mal weg und der unten ist noch am fahren können wir uns mal ganz kurz umsehen das ist unser auto hier mitten im grünen da frage ich mich an der stelle wie sie mir hier rein fahren also weil es eine kleinigkeit aber das hätte ich dann irgendwie hier schön gemacht dass es irgendwie nachvollziehbar ist dann haben wir hier das eine stumpf gleise hinten wobei da frage ich mich ist es mal hier weitergegangen das sieht mich ein bisschen danach aus und dann haben wir hier hinten noch einen anschluss das ist er hier ohne oberleitung und der geht da hinten auch über die straße schauen wir doch mal wo der hingeht da bin ich selber noch nicht runtergegangen haben hier das dm 1 signal was wir nicht steuern können also ich schaue mal nach aber ich bin mir sicher dass wir das nicht was ist da los haben sie einen kleinen unfall du bist da irgendwie rein biegen irgendwas stimmt okay ich hänge fest irgendwas stimmt hier mit den autos nicht ich hab mir Spaß wenn ihr die polizei anrufen wollt kommt vorbei ich habe schon ein telefon okay jetzt mal hier rein industrieanschluss hier wo die weichen fehlen also wie sie die weichen hebel das haben sie jetzt hier komplett gar nicht gemacht das ist eine sehr interessante weiche die pol machen wirklich komische sachen okay immer wieder neue sachen und es sieht so aus als wird das alles bei dem gebäude hier enden und es geht nach dahinter weiter das laufen wir natürlich schön ab damit wir es einmal gesehen haben aber das ist natürlich auch wieder so ein industrieanschluss der würde sich doch eignen dass man damit irgendwie der dies lockt rein fahrt dann kann man hier ein bisschen rumrangieren oder beziehungsweise aufgabe endet hier oder startet dann sogar hier dann hat man hier bei diesem stellwerk auch ein bisschen mehr zu tun ohne gleise gehen dadurch aber da hat es doch kein tor gehabt details ich gehe mal davon aus die kinder vorne alle wieder zusammen ich muss dann jetzt später mal schauen dass ich die fahrstraße für den zug macht nicht dass ich den jetzt da wegen meiner wanderreiche aufhalte ja auch das und da hinten ist glaube ich finito ja das findet die gleise da hinten das gleiche ja wenn hier einfach auf ok aber da könnte man auf jeden fall was draus machen wir gehen erst mal wieder zurück ins stellwerk noch die fahrstraße hier vergessen k.o. zu drücken so das ist alles wieder in ausgangslage der kann fahren wunderbar wir gehen noch mal raus möchte ich mir noch kurz eine andere sache zeigen es kommt hier kein auto mehr also ich war ja schon mal testweise kurz drinnen und dass die autos sind hier runter von keine ahnung muss da oben jetzt ab geht weißt du zur schranke oder biegst du ab war dieses geräusch ne also wenn dann die autos stören einfach die schranken zulassen und hier unten gibt es noch eine witzige sache also einerseits diese straße da diesen huppel die ja ich weiß nicht details aber das dahinten ist viel geiler die autos fahren nämlich hier rein und kollidieren dann mit dem hier und das machen sie so lang bis sie hat dies waren hat sich das mal an okay er fände es überhaupt hier rein cool ja und der baum hier vor der werbung ungünstig 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 ja okay mehr gibt es eigentlich hier nicht zu sehen ich würde sagen wir gehen mal zu der station neben dorota und zwar des trapova konitzer wie schotnyer denn da ist jetzt ein anschluss frei geworden wir sehen uns gleich nach dem schnitt und da wäre ich wieder da und in dem stellwerk sind wir ja schon ein paar mal gewesen und ich habe ja damals die kritik gehabt dass dieser anschluss nicht bedient werden kann das ist jetzt anders denn jetzt mit der neuen strecke die dazukommen ist hier ein kleines bild die neue strecke ist in rot markiert kann man jetzt diesen anschluss hier bedienen und entsprechend von hier auch züge durch wenn ihr jetzt züge sucht die den neuen anschluss fahren es werden die zug nummern 412 05 0 bis 412 098 und von der anderen richtung 442 001 bis 442 049 ich schreibe das auch noch mal in die wiederbeschreibung rein beziehungsweise verlinkt euch den link zu den patch notes also das ist in ein dieser züge rein und dann fährt sie diesen neuen abschnitt und das eben hier zu einem update ihr habt es dann da oben den zug verkehr ihr habt jetzt hier unten den zug verkehr inklusive kreuzung das macht dann diese station schon mal interessanter eventuell setze ich mich da noch mal rein und tue hier mal ein bisschen züge hin und her schubsen jetzt wo wir ein bisschen mehr zu tun haben wenn wir uns das mal anschauen das ist der anschluss äh kotziol ich glaube das soll ein L sein wie viel haben wir da in der stunde wenn wir jetzt mal mit 10.01 einfangen kotziol 1 äh 2 3 na Moment mal ich bin da schon drüber wer klingelt da ah ah hier von der neuen strecke ok nochmal gucken also von 10 sind es ein zug zwei züge äh zwei züge nur äh 2 ok das ist echt ein bisschen wenig äh müssen wir auf den nachmittag schauen jetzt in uhr 1 2 das sind nur zwei züge ok wie viel 2 019 ist abgefahren der fährt hier unten hin das wird schon auswendig äh einmal fahrt bis hier hin und fangen wir hier mal kurz an ok roter niemand aber so wird jetzt die untere strecke immer mehr belebt mit stellwerken wobei ist die frage wie sinnvoll ist das wenn man so mini stellwerke hat wie Julius Z ne ich glaube das wird mit der Zeitung doch ein bisschen langweilig da unten ok ähm soviel mal zu dem stellwerk wir gehen jetzt mal in das andere ganz neue stellwerk da sehen wir uns nach dem cut so da wären wir in dem zweiten neuen stellwerk haben wir ein schön panoramafenster und ein super ausblick hier dann haben wir das stellwerk ist select select seligi ich zeige euch das mal hier seligi garantiert wieder falsch ausgesprochen und das ist auf Höhe Warschau ich jetzt wende euch mal an dieser Stelle ein Bild ein damit ihr seht wo das ist in Relation und ähm ja wir haben hier drei Anstöße Biala haben wir hier dann Corito und Marco LK ähm von den Spielern her haben wir hier nur ein und zwar ist das Corito mit dem wir theoretisch quatschen könnten das wäre gerade der direkte Nachbar und von den Zugverbindungen schaut es hier leider ein bisschen mau aus denn wir schicken hier nur Züge von Corito nach Biala und umgekehrt ansonsten passiert hier nichts ich meine es kommen einigermaßen gut Züge her aber dieser eine Anschluss da unten der wird halt leider nicht genutzt das Eigengleisige ok Kurzzeichen SE und ich würde sagen wir schauen uns hier mal ganz kurz um also in unserem Häuschen gibt es nicht sehr viel zu sehen also dass hier Gras reinkommt hier haben wir nach draußen hier die Hauptstrecke mit unseren vier Gleisen hier und diese kleine Abstellung hier unten ah interessant Traktor oder Motorrad eins von beiden Züge geh auch mal da runter ich glaube da bin ich schon zigtausmal dran vorbeigefahren aber ich habe das nie weiter beachtet hier ist auf jeden Fall schon länger nichts mehr reingefahren Oberleitung hört hier auf da waren die Kästen da dass man hier ein bisschen rumspielen kann und ein Bereich hinter dem Tor auch das schauen wir uns an und diesen diese Gleissperre werden wir uns nochmal merken Handzweichen gehen nach wie vor nicht leider und ich darf hier rein hier hinten hat es eins zwei drei vier hellböcke da geht es nochmal weiter das sieht so aus als wäre das irgendwie mal so ein Verladebereich für irgendeine Industrie gewesen auch wieder so eine interessante Kreuzung hier ach sogar die Schamala ist mir gar nicht aufgefallen okay und da hinten geht es dann weiter alles schön im Grünen okay gibt es auf der Hauptstrecke noch irgendetwas Interessantes zu sehen hier nicht außer dass dort zwei Gleise noch da hinten weg gehen ist das der Anschluss hier hinten nee oder eins zwei drei vier ich glaube eher das da ist der eingleisige Anschluss wo gehen dann diese Gleise hin beziehungsweise wenn wir es dann gleich als Referenz haben wenn wir das Signal da sehen dann kann ich nachsehen wo das ist so da ich bin mal ein bisschen vorgelaufen ich habe das mal für euch geschnitten ähm wir haben hier Signal K2M und die Gleise gehen hier wieder zusammen jetzt ebenfalls eine Sperre auf dem unteren hier bin ich und als Referenz haben wir hier M also ist das dann hier da hinten das eingleisige auch da unten wo wir wieder Saft haben gehen wir einmal kurz zurück schauen wir uns das mal kurz hier an K K ja und da ist auch dieser WK hier okay das sind diese Gleise hier interessanterweise wird es mir nicht irgendwie anzeigt dass hier unten kein Strom ist weil probieren wir mal kurz was halt Fahrstraße kannst du mich noch keine Fahrstraße machen spannend okay also ich vermisse irgendwo hier das Blitzzeichen äh mit Achtung hier kein Saft auf der Strecke da unten wenn wir jetzt mit die weichen Lage nochmal doppelt kontrollieren ähm okay ja es geht jetzt hier rein und auch da geht es noch da unten komm lauf mal ein bisschen schneller eben hier keine Oberleitung mehr dann komme ich Moment mal er geht jetzt hier rein stimmt ja doch weil K war ja auf dem Gleis das da unten war da mit dem Gleiser ähm ach ne Moment einmal dann hat hier K die Oberleitung boah der mit dem Gleis okay nochmal zurück das heißt nach da unten kann ja okay gut ne dann passt das aber hier unten dann bräuchte ich dann den Blitz wenn wir das jetzt mal wieder zurücknehmen bitte einmal auflösen und auch hier auflösen ich könnte hier eh nicht so eine Fahrt machen weil ich da kein Ausfahrsignal habe sondern nur ein Rangiersignal okay ja okay dann kann man nicht allzu viel Blödsinn machen außer man hat so keine Daten und macht hier okay macht es bitte nicht aber es wäre vermutlich möglich dass man hier SZ gibt und dann fährt er hier ganz runter und dann wieder rauf äh die Idee habt ihr jetzt nicht von mir aber trotzdem ich muss auch irgendwie da hier einen Hinweis haben dass da unten kein Saft ist naja okay Details wir gehen jetzt erstmal in den Zug rein der diese neue Strecke unter Anführungszeichen fährt und dann schauen wir uns mal an was es da so schön ist zu sehen geben also bis gleich so liebe Leute ich habe mir jetzt mal einen Zug geschnappt der die neue Strecke fährt und ich muss schon sagen das war schon eine ganz schöne Übung äh so einen Zug zu kriegen weil es natürlich alle die fahren aber es scheint mit den neuen Güterzügen dezentes Problem im Bereich Sosnovik zu geben denn ich habe drei Züge ausprobiert die von Katowice aus gesehen äh Richtung Nasi fahren und alle sind bei Rot in Sosnovik dann Doka gestanden oder in Plutnia als ich auf andere gewartet habe und die KI dann auch teilweise die Züge komisch schickt also auch der Zug ihr seht es ja hat schon eine schöne Verspätung äh ich hoffe das wird besser rechts unten habe ich euch die Karte eingeblendet damit ihr da seht wo wir gerade so sind jetzt kommt gerade Julius wo wir ganz am Anfang gewesen sind da scheint es aber so als würde man hier noch keine Einfahrt kriegen ist auch besetzt 20er Beschränkung ey interessant dass er das gar nicht anzeigt mit die 20 und da hätten wir das rote Signal so lieber Fahrdienstleiter bitte lass mich fahren das wäre voll super ach ja Hüterzug ist übrigens beladen wobei ich von dem Gewicht jetzt nicht unglaublich viel merke muss ich sagen also bremsen ist dampfen wir Style umschalten umschalten dann muss ich sagen dass er vielleicht von der rechten Seite noch nicht frei hat in der Rote solange in der Rote nicht die Freigabe hat kann er hier nicht eine Fahrt stellen ok bremsen wir mal sehr gut wären wir da die Autofahrer warten was die 42021 da in die falsche Richtung gesendet wurde aha da hat jemand wieder Scheiße baut das ist einer von den neuen Zügen die 42021 wieso gibst du mir SZ und wieso Gegengleis hä 44 Minuten Verspätung ja genau hä ok also immer wenn ich eine Aufnahme mache oder streame das sind hier komische Sachen einmal dröten also nett wie die ganze Strecke hier ist man wird einfach komplett entschleunigt das war vielleicht ein bisschen too much ok einmal zurücksetzen so ah nicht so schnell drauf da war ja was aber gemäß Kartik kommt doch ein Zug da naja hab's richtig gesehen nämlich geht's ins Gegengleis aber da steht doch ein Zug hm 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 ok ok er meint die ist frei liebe Leute ihr seid jetzt mein Beweis ne auf der Karte sie ist halt auch sehr schräg ich will ich will jetzt einfach keinen Unfall bauen ok ok auf der Karte bin ich jetzt hinter seinem Avatar hat verschwunden auch interessant ok gehen mal so oh das war knapp die haben hier warum müssen jetzt so Spezialitäten passieren ähm auf welchem später auf die richtige Strecke geschickt wird ah werde bin ich happy so ciao Kollege und so kriegen die ganzen Sachen hier noch mehr verspäte ich bin schon auf die höchsten Geschwindigkeiten auf dem neuen Abschnitt gespannt er ist schon ein bisschen schmerzvoll so 30 40 dann wieder 20 oh ne ist jetzt das 30 bis hinter der Router die Strecke muss verbessert werden es ist zu langsam dann fahren wir jetzt gar nicht über die Brücke drüber schau die aber ein bisschen zu schnell fahren glaube ich schadet jetzt auch nicht aber die Zeiten werden wir nie wieder reinfahren also ich fahre den Zug sowieso jetzt nicht fertig ich mache jetzt nur diese neue Strecke bis nach Lazy hoch weil der Rest ist ja schon bekannt ja ja ich weiß ich wollte ja noch ein bisschen was gucken unterschiedliche Kamer ah ok sieht schon irgendwie cool aus geht das bis ganz nach unten mal durchprobieren ok das sind die Container ja da geht es noch ein Stück nach hinten und da haben wir diese Rollen die jetzt irgendwie aus der Ansicht ein bisschen komisch aussehen ein paar haben wir noch und die letzten Rollen hier ah so schade dass ich die Kamera nicht frei bewegen kann und da wären wir ganz hinten und wieder vorne cool haben wir das auch mal gesehen ich glaube da geht es nach unten da vorne eigentlich die Ansicht brauchen wir nicht so wirklich wir haben es hier auf der Karte haben wir haben wir Ja, dann gehen wir mal das Gas hier weg. Was war nochmal der Hotkey für die Lockremse? Ups, öffne die falsch. Ah, hier, okay. 8 und 2. Hm, aber also wirklich ein Drückgefühl von hinten vom Gewicht habe ich jetzt irgendwie nicht. Jetzt doch ein bisschen nach unten hier. Das ist eher etwas moderat, also ich... Ich weiß nicht, also das... Die Beladung... Wirkt irgendwie so, als wäre das irgendwie mehr Zierde. Okay, dass es quasi so aussieht, als wäre halt was drauf, aber... Gewichtstechnisch ist es irgendwie nicht umgesetzt. Nein, wenn ich jetzt da reinbremse... Bzw. machen wir es mal mit der Lockbremse. Machst du mal den hier. Wenn ich jetzt da mit der Lockbremse reingehe... Mh, bremst langsam. Aber es bremst. Bei dem Gefälle. Also gerne eure Meinung dazu bezüglich der Beladung. Und es geht weiter runter. Also, nein, ich weiß nicht. Fühlt sich einfach nicht schwer an. So, 40. Einmal drüber. Kannst du haben. Oh, dem hier ist gerade ein anderer Zug gewesen. Sag zumindest die K.O.D. Komm, ein bisschen mehr Leistung. Oh. Okay. Wollen wir, ob du es schaffst, Hes? Ach ja, als ich da komplett nach hinten gelaufen bin. Alles klar, hab verstanden. Ich hoffe, das Blick auf unerhofft. Ich hab an den Einstellungen schon länger nichts mehr gemacht. Ich mein schon was sagen, wenn es nicht so wäre. 40 ab jetzt dann. 70 und 80. Na, immerhin ein bisschen schneller. Und dann haben wir es gleich mit der neuen Strecke. Äh, mehr Schmuggies. Einmal über den ganzen Gleisbereich drüber. Das läuft. Kann von außen gerne ein bisschen lauter sein. Und da ist der Kollege. Fleißig am Arbeiten. Ah, das sind schon immer wieder geile Bilder. Wenn es so eine schwere Gütezug einfach mal über die ganzen Weichen drüber pfeffert. Sieht sexy aus. Gut. Mehr Schmuggies. Kanal 4. Wie die einfach wegzieht so ganz alleine. Hätte ich jetzt irgendwie Bock auf E-Ti-140 fahren. Aber es kommen ja jetzt eh bald neue Loks. Auf die bin ich echt schon gespannt. Da gibt es dann auf jeden Fall dann Touren. Sobald es draußen ist. Jetzt ist es schon zwei Kilometer. Warte. Wenn ich jetzt noch von Nissa Bichotten ja richtig im Kopf habe. Muss ich eigentlich einfach gerade durchfahren können, glaube ich. Auf sich wird auf die Seite genommen. Oder anderes Gleis. Man weiß es nicht. Ich glaube, er hat es gesehen. Oha. Woa. Woa. Snap. Ja, finale Kurve. Okay. Das war jetzt ein Fehler. Aber ist egal. Ich muss eh runter. Will ich jetzt da wirklich 40 fahren? 900 Meter, 600. Mal 500, 700. Ja, die 40 werden gelten. Ja, lass mal ein bisschen rollen. Ja, nee, also Gewicht, ich spüre es nicht. Also wenn ich da in TD2 beispielsweise mal so einen schweren Güterzug fahre, das verhält sich ganz anders. Ja, in der U-Spiel, ich bin zu schnell. 6 kmh. Jetzt muss die Weisheit abkühlen. Doch. Ach, da steht was. Oder? Ja, da steht ein Zug. Uuuuuh. Okay. Das ist meine Zugnummer 424. Also der, glaube ich, müsste hier auf die linke Strecke raus. Hätte sogar Platz. Ah, jetzt fährt er auch. Hast du den extra da stehen lassen, damit ich da umfahren muss? Aber geil aussieht, muss ich schon sagen. So, geil, da vorne gerade zu 70. Ach nee, ich hätte wirklich hier runterfahren müssen. Oder? Nee. Ich gehe jetzt wieder einmal nach links weiter. Okay, das ist jetzt schon irgendwie nice. Okay, sehr nice. Oh, komm, wir machen meine Leistung. Okay, der Abschnitt, der Abschnitt wäre jetzt offiziell neu. Ich meine, gesehen haben wir vorher schon, zumindest da die Gleise. Aber wir konnten da nicht fahren. Das ist dann auch das Anschlusskreis für diese mega Schmelzhütte da links von uns. Gucken auf der Karte ganz gut. Die ist irgendwo da hinten. So, wo das Teil da hingeht. Oh, ich hoffe, da kommen da irgendwie Frachtaufgaben für die Schmelzhütte. Ah, ich kann nicht mehr Leistung aufschalten. Ersteller sieh ich. So ein Cheater. Ein bisschen Uhr. Ein bisschen drehen kann das sein. Moment mal. Ja, okay. Wir haben geschleudert. Na, eine Stunde noch. Na, da schleuten wir. So, jetzt geht's um die Schleudern. Ach, fahr' mir unten drüber. Oder? Ne, wird doch schon die Brücke sein. So hoch, wenn wir jetzt sind. Und jetzt mal da ein bisschen reinzoomen kann man. Okay, da mit dem Schleuder merkt man jetzt wieder was, dass da hinten was dran ist. Aber ich finde es trotzdem nicht ganz richtig. Ne, ich werde doch irgendwie nicht warm damit. Oh, oder auf der neuen Strecke kommt uns jemand entgegen, gemäß Karte. Und zwar ist es der ZC Libo. Und wenn wir Glück haben, sehen wir farbige Signale. Ich hab's ja auf dem Discord schon gesehen. Also die grün-blau-Signale wieder unterwegs sind. So viel Glück, wie ich hab' selber bestimmt da jetzt. Ah, und da ist die Glücke dann. Wo wir die anderen Gleise überfahren. Boah, mit dir. So, und da vorne... Ein bisschen weiter vorne ist dann der Abzweig zu dieser Schmelzhütte nach links. Warte mal, rot. Was ist da los? Warum anhalten? Von mir ist doch nix. Das macht der doch wieder extra. Er denkt sich, ah, warum ist er unterwegs? Den lassen wir mal anhalten. Das ist ja grad so schön auf Geschwindigkeit gekommen. Wie die einmal bremsen. Wo ist es denn? Da vorne ist es. Oder... Ach nee, das ist eingleisig da vorne. Also zumindest grad rüber. Das ist jetzt wegen dem anderen hier noch gesperrt. Oh, okay. Ja, geil. Also wenn da jemand Verspätung hat, dann ist die Gridlock angesagt. So wie ich. Andererseits so viele Züge vorne jetzt die neue Strecke eh auch nicht. Also zeitgleich zumindest. Ja, da ist er. Kann man nicht aufsteigen? Kann ich mittlerweile... Nee. Moin, Kollege. Sag Hallo zu YouTube. Der wird sich was denken gehen. Ich würde ja gerne das Mitfahrt jetzt hier wieder ausprobieren. Aber ich glaube, das lasse ich lieber. Andererseits... Soll ich? Soll ich nicht? Ah, brauchen wir es nochmal. Yeah, ich kann mitfahren. Okay, bis zum Ende von unserem Zug. Lassen wir uns mal mitnehmen. Okay, wir haben Fahrt. Dann fahren wir doch nicht mit. Okay. Abfahrt. Schau, Leute. Jetzt hätte ich mir ein bisschen mitglitschen können. Jetzt machen wir nochmal irgendwo. Hello. Komm, anfahren. Ja. Ach, du hast dich nicht komplett gelöst. Mann. Mann. Möchtest du jetzt... Oblöst. Noch viel weiter rauf kann ich jetzt dann langsam nicht mehr. Und da schleudern mal. Ähm... Ja, sehr geil. Jetzt komme ich nicht mehr vom Platz hier. Das gibt es jetzt ja wohl nicht. Aber schaut mal ein bisschen, wie es nach hinten gezogen hat. Ich glaube, die Bremsen sind hinten noch nicht komplett frei. Jetzt. Jetzt geht's. Okay. Gucken wir mal, ob das Beste. Ob wir mal ein bisschen extra Schmacken sind. Boah, die Lok wird so richtig gequält. Ja, 44, 20, 23. Mal bitte für den Fahrtdienstleiler. Ja, 44, 20, 23. Ja, du, Kollege, durch die ganzen Serverprobleme hat es uns leider den Block nach Dorota zerschossen. Ähm, du bekommst dann Ausfahrt auf Ersatzsignal. Ausfahrt auf Ersatzsignal, alles klar. Danke dir. Äh, aber nach Dorota war doch irgendwie so ein spannender Block da unten. Eher nach, ähm, von der Station hast du gesehen, nach links weg. Da hat es die Plakate Typ C. Naja, egal. Ist eh hinter uns. Achso, Moment. Muss ich das wieder umstellen. Södele. Ja, da rechts würde man jetzt fahren, wenn wir jetzt zu dieser Schmelzfüte fahren würden. Oh, da ist ein Stellwerk. Es ist aber noch recht dicht, aber das wäre theoretisch möglich, dass hier was kommt. Aber, sofern jetzt die Schmelzfüte an sich nicht beliefert wird, hast du halt hier einfach nur links nach rechts schicken. Eingleisig. Auch das linke Gleis, das ist quasi von der Hütte kommend, hier so raus. Und dann müsste von der anderen Seite nochmal so ein Gleis kommen, was hier so reingeht und auf unser Gleis reinkommt. Naja. Hier drehen wir wieder durch. Oh, der hätte Gegend hier. Würde man gar nicht meinen, dass da hinten so eine fette Schmelzhütte ist. Am liebsten würde ich da mal stehen bleiben und mal in die Richtung von dieser Schmelzhütte hinlaufen. Aber dann blockiere ich halt einfach alles. Also ich glaube, das mache ich mal auf dem Server, wo nur die Kali unterwegs ist. Dann tue ich da mal keinen zu sehr stören. Aber das ist ein weiter Weg bis zu der Schmelzhütte. Das ist die Fork. Aber weiter macht es eher Sinn, wenn man, ich versuche es mal auf der Karte zu zeigen, wenn man hier auf dem linken Gleis irgendwo auf der linken Seite stehen bleibt. Und da nicht die Schmelzhütte immer reingeht. So, wieder mich folgen hier. Halt, wir sind ja noch gar nicht ganz oben. So, aber jetzt. Einen Kilometer schon wieder anhalten. Warum? Vorne ist nichts. Kann es sein, dass die Stromleitungen da fehlen? Hm. Oh, 40. Moment, 28. Wunderbar. Schade, dass wir nicht auf EZ da reindüsen könnten. Ach so, wie jetzt schaue ich denn jetzt da rüber? Alles klar. Ja, dann werde ich doch mal ein bisschen bremsen hier. Aber wenn man es jetzt so von den Gleisen her anschaut, scheint der Hauptverkehr von Lazy zu kommen. Und auch in die Richtung wieder zu gehen. Wenn sie das hier so mit zwei Gleisischen gemacht haben. So, ich schaue mal aus mit dem Hintern. Ah ja. So, glaube ich können wir Gas geben. Okay, und der ganze Abschnitt ist Lazy, so wie es aussieht, ist dann 60. Nicht schneller. Aber haben sie eigentlich wieder schön gestaltet. Kann man nix sagen. Ist ja eigentlich nur so ein guter Fotospot hier. Will ich das mal machen? Und das ausblenden? 56 Minuten Verspätung. Komm, ausblenden. Wollen wir nicht sehen. Was ist das ausblenden? Mensch, was war denn der Taste für rechts oben? Hallo, ausblenden. Ah so, okay. Naja toll, und jetzt ist ein Hügel da. Ich würde sagen so. Ja, habe ich wieder mein Squeezer. Ein bisschen zu schnell. Ja, das ausblenden. Ah, da geht es aber auch ein bisschen nach unten hier. In einer kleinen Delle. Cool, da hat sogar eine Bushaltestelle. Wir mitnehmen nirgendwo. Für Lazy wäre das natürlich jetzt auch ein bisschen interessanter, das Stellwerk zu machen. Wenn man sich jetzt mal hier Lazy anschaut. Äh, tun wir mich mal nicht verfolgen. Ich meine, du hast jetzt dann hier da den Verkehr. Das ist dann hier so ein bisschen kreuzt. Wobei, ich glaube, das ist eine Überführung hier, ne? Ja, ist eine Brücke da. Okay. Aber du hast jetzt hier in Lazy mal ein bisschen mehr zu tun. Äthischen Grenzen, aber trotzdem. Hast du jetzt mal Fahrten, die du vorher nicht gehabt hast. So. Wieder zu mir. Ich glaube, das mit der Karte im Blenden mache ich öfter. Ist da, glaube ich, noch praktisch zu sehen, wo man ist. So. So. Wieder raus zu mir hier. Dankeschön. Na, reicht dir das oder passt dir mehr Schmalz? Ja, wir brauchen mehr Schmalz. Ja, wir brauchen mehr Schmalz. Also, rein landschaftstechnisch, ne? So müsste es dann bei den Russian Traintrippen aussehen. Da könnte ich mir übrigens nochmal sagen, ob ihr da mal wollt, dass ich das mal durchhalte. Dass ich zumindest bis zur ersten Station fahre. Und euch da mal zeige, wie es so ist. Aber trotzdem, hey, zwei Stunden, 20 Minuten, glaube ich, waren es. Aushalten, bis wann er da ist. Weil es Echtzeit ist. Hm, ich glaube, ich würde das gekonnt im Hintergrund laufen lassen. Und eben bei was anderes zocken. Würde ich dann auch so in der echten Zugreise machen. Also, man hätte Snowbooking mal dabei, was zocken, früh schauen. Wird ja nicht durchgehend rausgucken. Außer, es hat eine mega geile Landschaft wie Alaska oder sowas. Hm. Oder auch so hätte ich schon ein bisschen Abwechslung. Aber im letzten Train-Trips-Simonator ist ja irgendwie nur die Räume da dicht vor dir. Und alle fünf Minuten fährt ein Zug vorbei. Wahnsinn. Lazy, lass mich rein. Geil. Okay, da sind sie fleißig irgendwas am Basteln. Was auch immer das da wird. Naja, gibt ja schon weniger Leistung. Alles gut, Spiel. Darf ja gleich schneller fahren. Okay. Mal ein bisschen reinblimsen. So, das reicht schon wieder. Was ist denn da vorne? Ach, da ist auch ein kleines Stellwerk. Okay. Mein Stoß hat aber nicht sehr viel zu tun, oder? Ich meine, da hat die Ausweiche. Der Bereich bis da hinten vermutlich. Ist der schon irgendwie ausmodelliert? Nee. Okay, das ist wirklich hier nur zum Ausweichen. Ansonsten hat das Stellwerk ja nicht sehr viel zu tun. Ja, das könnten wir irgendwo anders integrieren. Macht es bitte nicht auf dieses Stellwerk da. Okay, da ist ein Feldweg da hinten. Und jetzt geht es auseinander. So, wie wir es auf der Karte auch sehen. Glauben wir 80 spreadern können. Oh, der Hotkey für Jet. Ah, wieder weg. Ah, okay. Ah, okay. Ah, da sehen wir den noch. Jetzt oben drüber. Komm schon. Also, das ist ein Autobrück. Ah, ich voll hält. Da hinten ist er. Trauer hat es ein bisschen verpasst. 64, 40, 30 dauert noch. 62 Minuten. Der Anzug ist noch vor dir. Ja, so lange brauche ich eh, bis die Bremse wieder voll Luft ist. Ah, da geht es schon wieder los mit dem Chat. Und übrigens, Zeit zur Aufnahme sind die 1, 2 und 3 irgendwie komplett weg. Gleich auch bei den Englischen selber. Warum 20? Was machst du mit mir? Ich glaube, das ist, ist das lazy, was mir das jetzt die 20 reindrückt oder das lese ich danach? So, die Station kennen wir ja schon. Ich dachte, gerade von hinten kommt ein Zug. Ein bisschen Bremsen hier. Tja, und das war's, liebe Leute. Das war die neue Strecke und auch eigentlich das Ende von dem Update-Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Jetzt habt ihr es einmal gesehen. Und eventuell sieht man sich dann nächstes Mal wieder in Sibbon Rail. Oder vielleicht... Naja, vielleicht mache ich mal wieder ein bisschen Stellwerken hier drin, jetzt wo es ein paar neue Züge hat. Ich meine, Rangierfahrten sind immer noch geiler. Und ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell für da vorne. Ich muss da einfach nur den langsam vorstellen. Ich glaube, ja. Aber schade, dass jetzt nicht irgendwie mal ein Stellwerk kommen ist, was ein bisschen kompliziert ist. Das Heilig ist für mich wirklich der neue Abschnitt, aber die zwei Stellwerke sind so... Ja, kann man machen. Katowice oder sowas. Das würde mich mal reizen. Wirklich was Großes, nicht so die kleinen Sachen. Lieber Simway-Team, gebt uns mal eine Herausforderung. Also, wenn ihr gefallen habt, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr ganz viel seid, könnt ihr sogar Kanal-Mitglied werden. Da gibt es für euch dann ganz viele Videos vorab, bevor ich es dann auf YouTube veröffentliche. Bis dahin, herzgesund, bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Der Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Vide und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020